aber ich finde wir sind im vergleich zu gestern haben wir uns richtig gut das doof ist ja du kannst jetzt hier du kriegst die map kenntnissen nur durch spielen kannst keine offline reiz machen ich glaube dass oben gut ich komme wir gehen mal zur kapelle die kennst du noch nicht hier steht so eine fliegenschlampe müssen wir uns liegen schlampe an die lasse das hinten langlaufen ach das sind das wespen ich dachte immer wirklich das werden heuschrecken weil die so klappern dann war das mit bienen ja gar nicht so verkehrt appell der schwarzen madonna geil wir sind alle beide eine schwarze madonna ja du kratz hier aus dem süden du bist dieses kratz des südens südlicher süden naja wir sind ja in louisiena wohnhaft ansässig mehr oder weniger freiwillig hier ist ein loch in der wand also die maps land eigentlich relativ schnell weil die sind nicht ganz so groß so was da hinweist da drüben abend abend sehr schön eine aus der giftpistole auch der boss ist hier was haben wir eine spinne schon wieder brauchen wieder äxte zwei wurfexte da kannst du ja mal eine werfen das will ich mal sehen ja mach ich auch dafür hab ich die ja also ich bezweifle dass die hier ordentlich schaden machen boah hier eine splitterbombe alter die geht bestimmt auch gut wie kann ich nicht ich will die aber nicht gegen die spritze tauschen tauschst du da warum kann ich die nicht gegen was anderes tauschen bei mir steht nur da aufheben warte mal na dann nimm du sie mit nö hat sie einfach genommen und hatte ich nicht eigentlich mal noch ich hab mir doch einen zusätzlichen slot verdient wo ist denn der hin bei mir ist jetzt immer mehr drin oder ich hab doch den von diesem komischen klabusterbär fan da unten so einen fünften slot gekriegt und der ist jetzt weg klabusterbär fan da hat immer einen namen bei dem du die xp da gegen irgendwas eintauschen konntest oh hier naja ist schon mal ein hammer das ist schon mal ein hammer gut ey kann man hier ey was ist denn das das kenn ich gar nicht ey wir sind drin ja ich bin drin Wurfax hier gibt es bestimmt auch noch Echse hier unten ja zack Wurfax guck mal naja jetzt will ich sehen wie viel weg ist warte ich hab gerade ihr mit dem hammer eingegeben ja ist nicht übel ein bisschen macht es weg kann man echt nicht ist schon noch richtig ja naja ordentlich im Vergleich zum hammer oder zur axt jetzt nicht aber es ist schon ich glaube besser als besser als ein schuss oder ja ja so sie ist wieder auf 180 glaube ich jetzt wir müssen mal gucken ob wir eine axt für dich finden keine axt bis jetzt ja dann schieße ich halt was ist denn das da unten doch ich hab nochmal Wurfaxe gekriegt eh mal ok ok boah ey boah ey boah ey boah na musste das sein boah hau ab ich glaube Spaten habe ich ja bringt glaube ich nicht so viel habe ich nicht mal hier Medizin irgendwo gesehen boah ja 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 ich habe ja ist sie schon wieder auf 180 jetzt ist sie wieder auf 180 gleich kriegt es ein rest brennt das viechlein ja ich hab nur eine brandflasche das war es brauchst du nicht mehr was sind denn das hier überall für neue geheimgänge hier überall du hast ja bloß zwei zugänge gehabt das fand ich besser was bedeutet das lungen symbol da unten da läuft eine zeitrunde und ich weiß nicht was es ist ich habe keine ausdauersprinze genommen oder was immer was ich habe das das ist ein Mr. Kex, grüß dich. Mit dem Birk bekommst du Ausdauer von Clues. Ah, okay, danke, danke. Cool zu wissen. Ah, okay. Ah, okay, das hier ist was. Kanalisierung. Gut, jetzt wissen wir es. Dankeschön und herzlich willkommen. Wir sind die Kammerjäger. Gerade Schädlingsbekämpfung betrieben. Da gibt es ja auch noch den anderen. Den mit den Schaben. Der Schaben. Schabenmann. Herrlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der eine ist ja der schlechter und das ist die Spinne. Und der andere heißt. Oh. Kommen wir jetzt nicht mehr drauf. Der Schabenmann. Schabenmann, ja. Ach, Schrott-Schnabel. Stimmt, Schrott-Schnabel gibt es auch noch. Ja, Schrott-Schnabel. Ne, aber dann noch den einen, der hier sich immer zweiteilt und der der Kakerlacken ins Gesicht schmeißt. Wie heißt der denn? Ich habe nie gedacht. Ich gucke mal schnell. Nichts gesehen. Geil. Oh, wir haben ja auch wieder richtig... Ey. Da kommt einer zu uns. Guck mal auf der Map. Ne, guck mal auf der Map. Meuchler. Ja, Meuchler. Genau. Danke. Danke. Aber wieso kommt der allein? Ja, kann ja auch Einzelspieler sein. Warum nicht? Ja, weil das... Ne, der zweite kommt jetzt auch. Mhm. Den müssen wir schnell pushen eigentlich. Ja, ja, normalerweise. Oder? Oder? Du brauchst doch schon wieder sinnlos deine Sicht. Und hast bestimmt bloß gerade ausgeguckt, statt dich zu drehen. Nein, ich habe mich gedreht. Und wo hast du ihn gesehen? Ich habe gar keinen gesehen. Das ist es ja. Er ist zu weit weg. Oder so. Ist dir jetzt auch egal hier. Wir machen los. Oh, er ist direkt vor uns hier. Aber noch eine Brandbombe und alles Mögliche. Oh, wieso geht denn der immer aus dem Aim raus hier? Meist die Brandbombe dahinter. Naja, das bringt gar nichts. Bringt gar nichts, ja. Ich habe ihn gesehen. Da hinten ist er. Dahinter dem Hügel. Okay. So, du hältst dich ein bisschen mehr rechts. Jetzt kannst du mal deine Sicht machen. Ja. Wo ist er? Ja, dahinter. Da hinten. Da hinten. Okay. Komm her, meine Freunde. Oh, es sind zwei. Jetzt sind sie zu zweit. Hä? Ach, der eine in seinem Bauni liegen lassen wahrscheinlich. Warte, ich lese gleich. Ein Tipp. Oh, Alter. Oh, wir müssen weg hier. Huh. Das ist nicht cool. Kleiner Tipp von Stream. Der Spielsound ist recht leise. Okay. Okay. Gut zu wissen. Aha. Ich sehe es. Ich sehe es. Und heute kommen die Steps. Okay. Ich mache mal lauter. Sonst war das immer zu laut. Okay, weiter geht's play. Aber wo müssen wir hin? Also, wir sind erst mal weg hier. Heute kommen die Tune. Malte. Oh, die hatten gerade eine Schießerei vielleicht. Ja, ja. Die gehören nicht zusammen. Ach so. Das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt gedacht, der eine hat das Bauni liegen lassen. Nee, die gehörten nicht zusammen. Na gut. Dann können wir ja sich nochmal an den Kampf stellen, ne? Aber der hat mir ordentlich einen reingepresst. Tom. Das war auch was irgendwie, was explosionsartiges, oder? Jetzt weh der. Wo lebst du wahrscheinlich nicht? Naja, ich habe volles Leben. Ich weiß nicht, ob er mich... Wie viele Sekunden hast du noch? Einer. Ach so. Wir könnten ja die andere bauen, die klauen. Zum Krematorium, bitte. Ja, kann sie ja nicht aufheben, aber wir. Ich will bloß mal kurz auf der Map gucken. Er ist hinter uns her. Also weiter, schnell. Das ist er hinter uns, ja. Aber wir nehmen seinen Bauni weg. Fuck. 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 Ich habe ihn nicht gesehen. Nö. Aber ich habe ein Pferd gehört. Ja, das klang komisch. Hey, ihr kam wieder was an mir vorbeigespürt. Das war mein Schuss, war das. Ach so. Okay. Hier vorne kannst du aufmunitionieren. Du dumm Raten, Alter. Ja, ist egal. Ich habe die aufliegen, ich habe nicht weg und bleiben wieder. Ja, ja. Das verstehst du nicht. Krematorium, ja. Könnte eventuell abkürzen. Oh, er versucht uns den Weg abzuschneiden. Da gibt es im Krematorium einen großen Showdown. Wenn wir eine gute Position haben, ja. Naja, ne, haben wir noch nicht. So sieht's aus. Eine Sekunde habe ich noch. Ich gucke mal. Oh, da hinten ist er. Schnell zum Krematorium. Egal, lauf einfach. Wo liegt der Boss? So. Wo liegt der Boss? Ja. Hä, lag ja vorhin nicht noch ein Bounty? Oder konnte der sich... Jetzt sind... Wo geholt haben? Ach nee. Sein Kumpel liegt vielleicht draußen tot. Ach so. Weil das ist außerhalb. Und er steht dann neben, oder? Und er will ihn holen, bestimmt. Das könnte sein. Hm. Keine Ahnung, er hat sich noch keinen Millimeter bewegt. Was kann das sein? Sein Kumpel ist vielleicht voll ins Tod, oder was? Du hast alles möglich. Oh, noch mal. Bewegt er sich? Ja. 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 Doch, bewegen sich, glaube ich. Ja, doch, bewegen sich alle beide. Naja, schießt doch. Na gut, wir können raus. Dann laufen wir hinten. Ja, klar. Na ja, klar. Wir verbissen uns. Hier nicht. Wo ist der Fahrstuhl? Irgendwann. Kann man den nicht auch hier? Ja, da habe ich das Rad. Können wir alle zwei damit hochfahren? Klar. Komm rein. Drücke F. Ja, E ist das bei mir. Ach so. Vielleicht kriegen wir eins in die Fresse. Ja. Ja, dann nicht wie weg. Aber wir müssen. Cypress hat's. Einfach laufen. Genau. Lauf, einfach laufen. Einfach rennen. Die Hörn verbrannten, alle ignorieren. Es gibt's kein Muchen. Aber es könnte sogar noch ein bisschen lauter gehen. Aber, bäh. Lauter geht's schon fast gar nicht mehr. Ich habe hier schon auf 100 Prozent. Okay. Die Alte, die war auch völlig neben der Spur. Die war schneller wie wir. Mhm. So, laufen wir richtig? Nee, nicht ganz. Das ist das Boot im Wasser. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Hm. Wir wollen nur nochmal auf eine Map gucken. Müsst das über OPS machen. Oh, 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 oh. Zurück. Die müssen wir abknallen. Die Teufel, ja. Mhm. OPS ist aber auch schon. Das habe ich gerade mal um minus 2,1 Dezibel runtergezogen. Das bringt sich, glaube ich, aus. Was komisch ist. Aber der ist weg. Hier vorne ist wieder einer. Der schnell auf die Insel. So, Ply, wir sind da. Ply. Hier rein. Hm, das ist sehr eigenartig. Das verstehe ich nicht. Ja. Hä, wie das denn? Von wo kam das denn? Bitteschön. Ich steh'n, glaube ich. Nee, da geht's gar nicht. Doch. Äh. Ja. Alter. Was ist das? Das habe ich ja noch nie erlebt. Tötungsansicht. Oh. Am Arsch der Welt. Solche Assis, Alter. Ey, der hat doch hier gekämmt die ganze Zeit. Der hat doch gesehen, wo wir hinlaufen. Ne, klar. Ach du Scheiße. Das, ey. Hier war ich meinen Lebtag noch nie. Nö. Das ist eine gute, fast die Stilfefefe. Ja. Oh, wir waren fast draußen. So ein Arschlach, Alter. Ich habe ihn gesehen, da warst du spät. Shit. Ja. Ey. Das habe ich nicht gewusst. Hm. Jetzt wissen wir doch was Neues. Hm. So abwärmliche Lappen. Weil er nicht drauf hat. Da wartet man dann. Ja. Kann man machen. Unnütze Kreatur. Und... Untertitelung des ZDF, 2020